Hallo, es kommen wir bei Düsseldorf's Modell heute zum Album AZ, nicht AZ, AZ, Coat. Zu CD, oder? Also CD-Album, keine Deluxe-Box. Gibt zwar auch eine Deluxe-Box, aber die ist mir ein bisschen zu teuer. Für mich ist das ein Hooker-Preis und deswegen hole ich mir die Box nicht. Ja, auf jeden Fall Squad hier zum AZ, 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 AZ. Wir haben hier 15 Songs Features von Ramo, Farid Bang, Erabi, Mantana, Mangard, Gabi und Akaso Kontrolle. Sorry, wenn ich hier dann nach dem Fall draus gesprochen habe. Dann haben wir hier Quad und dieses allbekannte Logo. Ich habe jetzt so eine Deluxe-Box von ihnen namens Next Level. Kommen wir hier zum Booklet, ist ein ganz kleines. Ein paar Bilder und die ganzen Informationen, die an dem Album mitbeteiligt ist. Zum Beispiel auch hier die Spieldauer und den Beat unter Text halt. Ja, nicht viel zu sehen bei diesem Album. Entweder ein ganz kleines Video. Ich hoffe, das ist nicht dann zu schlimm. Aber noch dieses Album hier. Vielleicht kommt noch ein Video. Mit ECDC, Power-Up, Deluxe-Box. Auf jeden Fall das zu der CD. Das war es wieder mit diesem Video und bis dann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020